Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Na, super. Hast du mal deine Mutter gefragt? Mama schluckt so viel Zeug, die ist quasi toxisch. Deine Schwester? Die würde mir nicht mal 10 Euro leihen. Was, wenn wir eine andere Nähe besorgen? In diesem Darknet, da verkaufen sie sogar Schützenpanzer. Wann musst du es denn wissen? Deine Deadline biswein? Deadline ist gut. Je früher je lieber. Sonst muss ich mich nach einer Alternative umsehen. Was schaut sie mich so an? Welche Blutgruppe hast du? Ah? Wieso? Zum letzten Mal, ich habe nicht Nein gesagt. Was doch hast du? Ich will deine Niere nicht mehr. Was? Du bist eifersüchtig. Ich bin höchstens eifersüchtig, weil sie deine Niere annehmen würde und nicht meine. Immer wenn es um andere geht, möchtest du gut dastehen, dann machst du alles dafür. Es ist interessant, was ich so alles hochkompetiert. Du lehn dir nicht so weit aus dem Fenster. Ich? Der hat mir gerade eine Affäre nachgesagt. Ich muss das erst mal verdauen. Jetzt mache ich wieder so ein Gesicht. Welches Gesicht soll ich denn machen? Habt ihr gewusst, dass ich einen Minderwertigkeitskomplex habe? Bin ich ein schlechter Mensch? Bei einer Herztransplantation hätte ich dich bestimmt nicht gefragt. Willst du noch ein Bier? Na danke. Es geht auf den Nieren. Zu Risiken und Nebenwirkungen dieses Films schauen Sie den Trailer noch einmal an oder fragen Sie Ihren Kinobetreiber. Danke fürs Zuschauen. Verratet uns gerne unten in den Kommentaren eure Meinung. Wie fandet ihr das Video? Lasst gerne ein Like da und auch ein Abo und vergesst dabei nicht das Glöckchen zu aktivieren.